Willkommen zu einer neuen, entschuldigen Runde, Cliff Empire von Lion's Shade. Immer noch auf der Heiß-Zitadelle, die bauen wir noch aus. Oh, 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 oh. Wir haben ein Essensproblem. Maja, ich hab ja auch die ganze Zeit nur... ...nur ausgebaut, ne? Und hab nie dort auf... Oh, Pause. Pause mit B. Wo haben wir das Lager? Da haben wir das Lager. Ich guck nur für kurze Wege. Glatsch mal da mit rein. Wat zu essen? Großes Gewächshaus, damit's nicht... ...abhängig ist von diesen Umwelteinflüssen. So... ...baut mal schon. Was brauchen wir noch? Wasserhammer. Das haben wir gleich wieder. Fischhammer. Jetzt sind wir wieder im sicheren Bereich. Denn hier können wir ruhig immer 500 haben und da auch. Also hier baut er noch auf. Denn... Warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal zurück. Wenn wir schon die 5 haben. Was? Nein. Bevor es weg ist fürs Hotel. Ab. Nimm schon wieder kein Essen da. Die Leute, das stimmt aber nicht. Also... Ab. Ja gut, über Nacht kann es mal wieder Probleme geben. Na, komm. Was machen wir uns nicht an Doppels. Bauen wir gleich noch eins. So. Jetzt sollt es aber definitiv... Das ist fast der Wetter kommt, Leute. Habt euch jetzt mal nicht so locker. Fisch können wir noch mal einsetzen. Das haben wir hier ja auch noch rumliegen. Der Nebel ist da. Der Wind, der ihn normalerweise zerstreut, ist abgeflaut. Die Windräder stehen fast still. Leise rieselt der Schnee. Der Nebel blockiert einen Teil des Sonnenlichts. Der sieht jetzt komisch aus. Und Drohnen fliegen wegen der schlechten Sicht langsam mal... Vorsicht, Wand! Schwachgeber. Wir erwarten von Ihnen mehr Gewinn aus dem Handel, Überbrücken und Ausbüroarbeit, die wir nicht haben. Vor allem verdiene. Das heißt bekomme. Verdient habe ich es nicht. Aber ich bekomme es trotzdem. So. Du sollst Bau fortsetzen. Und... Damit ich es nicht vergesse... Wo war das über... Hier, nehmen wir den. Fischereibetrieb. Nein, das ist doch nicht so rum. Hier, zieht der Peile. So. Wasan. Mit... Hier muss doch irgendwo ein Wasserwerk sein. Nehm. 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 Ich wollte doch... So rum drehen. Uhuh. Das sieht besser aus, ne. Aber ich kann doch nur gerade bei... Bup, bup, bup. Schön wäre es, wenn wir hier hinten noch ein Wasserwerk reinkriegen würden. Nehm. Ja, ich weiß, das können... Und so nicht pumpen. Das heißt aber auch hier, das ist so extrem weit hinter. Und dann hier auf einmal nicht mehr. Aber ja, ja klar, die pumpen müssen normalerweise da rein. Das ist auch schon richtig. So, hier oben drauf nicht. Hier unten wird sich später noch ändern. Soweit kann ich es schon verraten. Alles andere wäre, Spoiler. Und mache mal schneller. ich wundere mich warum hier keine kerle kommt die leute wir haben die noch nahrung da brauchst du mir jetzt nicht schaden traube nichts zu tun wir haben jetzt wirklich fast dass du bitte jemals drei fahrer was man brauchen ist noch ein bisschen weinverarbeitung salatbau brauchen wir auch die salatformen das ist so können wir hier noch mal daneben klatschen wein keller dann können wir hier eins versetzt anfangen ziehen das hier oben noch weiter so weit wie es geht die dreiecksturbinen passen bestimmt hier auch noch mit rein platz nutzen wieso habe ich hier noch nicht umgebaut ökologie haben wir noch die bauen doch bestimmt wesentlich mehr ach ja da brauchst du nämlich hier auch nichts mehr kaufen da können wir die kohle selber schön behalten und hier auf dem thermometer siehst du es richtig ich sehe schon wir haben schon wieder die viere aus zu suchen noch fehlt so das passt aber das sieht das müssten auch wesentlich mehr sein jetzt muss man ruhig durchgucken hier passt 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 da brauchen wir noch einen weingarten und hier auch noch einen damit dürfte es vom wasser mehr werden aber wir haben genug wasser wird nicht verbraucht das ist gut so wird nicht verbraucht das passt doch aber aber wenn ich sehe wie wenig das neu ist das muss man auch bald wieder auf ihre bauern ja da oben ist die kohle und wir brauchen gesundheit heißt medizin so hammer full über full das haben wir jetzt brauchen wir bildung ein universitätsmodul sieht gut aus als letztes brauchen wir jetzt wieder ein wohnmodul nicht genug geld was zu erwarten war jetzt müssen wir mal auf die 1000 warten auf die 1000 kriegen wir 26 wohnraum mehr sind wir bei 416 430 im moment haben wir keine Ahnung was das richtig und es kommt gleich da haben wir 90 die rübergegeben werden und geht es los um 8 ne um 7 29 pro stunde und noch mal die 90 jawohl und schon haben wir es gibi und ach da steht es über 8 bis 19 Uhr 30 31 jawohl bei 85% beschäftigung der schnippt das nämlich auch alles wo schniegel dann müssten wir auch wieder weiter bauen mit den nächsten 2057 hat das hotel muss warten wenn wir dafür sowieso keine kohle großartig kriegen dann baue ich lieber erstmal das denn hier kriegen wir mehr einnahmen wieder raus aus den dingern was batterie verbrauch warum ach so neblige tage ja ja ist gut hast recht energieüberschuss 0 tagsüber wind bringt aber auch nicht viel ne sonne bringt sogar noch ein bisschen zum glück kriegen wir die 480 von oben energieüberschuss 126 oder geht es um die knie und die windturbinen bringen auch nicht viel kann ich die jetzt mal anklicken erzeugt 2 von 10 ja ah das ist erzeugt 32 von 72 ist sogar noch mehr beim nebel also haben wir windstille ja ich hab's vorgelesen aber mir nicht gemerkt das ist wie immer aber solange wir noch ein paar Petrien da haben da über den tag jetzt kommen wir so drüber weg einer ist es nur noch also bis 24 uhr und dann fezt die 2.7 haben wir auch gleich fertig fertig gebaut dürfte es sein jawoll die warten nur aufs geht und da ist es fertig yep 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 so hier haben wir schon wieder ein paar aufgebaut auch das dächte ich hätte mehr sein sollen aber dann ist es so gestohlen 19 hier ruhige küste und zahlen und hier mach mal weiter 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 so schön ruhig bringt mal wieder die epische musik die war lustig jetzt sieht es schon wieder ganz anders und sowas ne könnt ihr wieder sanieren das ist auch ja was ist denn hier die batterie lautestell achso die bist du weit weg gesetzt ich schwach gehabt naja damit sie mir hier nicht stört aber die wäre dafür hier drinnen richtig gut gewesen haben wir noch eine bei hin ja eigentlich brauchen wir sie nicht haben wir zusammen ne wenn sie reinpasst menü wenn ist es da das wärs gewesen naja irgendwann werden wir schon mal eine stelle finden dafür ein geklimperer hier wieder 2300 wohnmodul passt wir brauchen ein flugzeug gestohlen 19 wir brauchen einmal recht und ordnung justizmodul damit könnte ich hier gleich wieder aufsetzen so was ist als nächstes wichtig unterhaltung freizeitmodul und daraufhin kannst du gleich wieder ein wohnmodul nicht genug geld das wäre ja zu schön gewesen frei hintereinander wegbauen genau nur 68 das würde genau hinkommen fehltst was heißt genau aber schon mal entscheidend je mehr leute da ist desto mehr freizeit universität und medizin und jetzt da nichts ja das kannst du mal hin und her bauen jawohl immer schon eine zufriedenheit von 39 auch sehr schön was macht er das hotel eigentlich ein naja da und hotel und gäste 60 oh hammer werden die noch zufriedener jetzt weiß ich nicht mehr was ich bauen würde people's genau people's immer mehr people's einnahmen steigern muss man hier schön über 90% kommen am liebsten ist es mir 95 bis 100 jetzt 91 stört die fehlende bildung das sehen wir gleich klatschen wir hier nämlich noch eine bildung drauf einbildung universität macht weniger weil hier der unterschied wieder zu groß ist ja die nächsten 1000 gehen wieder in in die bibles und hier brauchen wir schon wieder zwei mehr krass mord wo hat sich jetzt schon schön entwickelt ne also wir sind jetzt schon bei 455 people zu unten in die so jetzt bringen wir wieder 30 Leute runter sind wir bei 400 quatsch ja doch hier bei 85 schön 91% jawohl die nächsten jawohl die nächsten jawohl 94% jawohl und dann haben wir auch hier 38 pro stunde es läuft können wir hier nochmal mehr dazu bauen im lager aber 100 war glaube ich ja 100 ist Schluss dazu haben wir dann nur noch hier das Kühlregal das Kühllager ach das macht 250 ich war bei 500 ok aber selbst 250 ist gut wasserhammer das hier muss noch also Fisch definitiv hoch und auch Nahrungsmittel ich kapiere das überhaupt nicht wir haben 20 nur noch mehr jetzt weiß ich warum das nicht so klappt wie ich das haben will ach feindliche Flöte nähert sich ok das machen wir in der nächsten Runde damit hat das viel mehr Priorität wir müssen hier nah an der Stadt hier oben werden sie hoffentlich nicht großartig rumbauern ich hoffe die kommen zentral dass wir dann hier uns absichern joa mach mal ich bedanke mich fürs reinscheinen vorbei schön zuschauen dankeschön wenn es dir gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu einer chilligen Runde Cliff Empire von Lion's Shade bis dahin auf Wiedersehen und Shesikovski bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.